Cool. Die werden wir jetzt alle entschärfen. Mit einem... Nee. War nicht so gezielt der Schuss. Oder der Wurf. Aber es hat genügt. Da drüben sind noch mehr. So viel Minen. Oh, scheiße. Da kann man mir gerade reichen. Naja, die heißt nicht umsonst Maulwurst. Krabben. Geh zurück ins Loch. Da ist eine Mine. So auch. Ich weiß gar nicht, soll ich überhaupt meine... meinen gesamten Handgranatenvorrat an diese Minen verschwenden? Ich bin mir gar nicht sicher. So, 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 so. Da ist noch eine. Scheiße. Da ist auch eine. Hui, ui, ui. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht hochjagen hier. Kann ich die von hier aus hochjagen? Ui, ich trau mich nicht. Ich speichere lieber. Die wird doch nicht hochgehen, oder? Wenn ich da vorbei... Ui, ui. Lösen die eigentlich die Minen aus, ne? Ich glaube gar nicht. Genau, schau hier. Schau genau. Da ist eine Mine. Da sind viele Minen. Und da sollte eigentlich alles in die Luft geflogen sein, oder? Ich komme schon mit dem Nachladen nicht mehr nach. Ja, so lustig das auch ist. Ich sollte schon langsam vorankommen. Okay, da werfen wir aber jetzt eine. Natürlich. Das hat nicht alle erwischt. Okay. All meine. Puh. Die sind da geflogen. Steine. Das sieht aus wie Goldklumpen. Wow. Das ist eine Goldader. Das wäre cool. Ja, sieht. Das sieht aus wie in einem Gebiet, wo es Gold geben könnte. Ihr seht schon, ich gehe sehr vorsichtig zur Werke. Wäre da drüben was gewesen? Ne. Ah! Eh, doch. Was war der Beweis? Kopfgraben können. Minen auslösen. Da oben sind aber keine mehr, oder? Ne. Weil es sicher irgendwas gemeines ist, wenn ich das jetzt einsammeln kann. Wow! Gewehrgranaten. Pfeil- und Bogenmunition. Können wir ja reloaden und noch die letzte hier aufnehmen, oder? Jawohl, das können wir. Das machen wir auch. So, nachdem wir das gemacht haben, beziehungsweise überstanden haben, darf ich auch mal speichern. Ah, das weiß ich aber nicht genau, wo ich hier hin muss. Da drüber springen, vielleicht. Ist das die Möglichkeit? Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, da bin ich falsch. Hm, was dann? Darauf. Braucht mich, oder? Muss ich hier irgendwas sprengen? Oder da rüber vielleicht? Noch mehr Minen. Da ist eine. Da ist eine. Da ist keine. Ne, da geht's auch nicht weiter. Hm. Kann doch nicht sein. Da komme ich nicht rauf, oder? Ah ja, doch. In der Tat. Da ist ein Loch oben. Wer hätte das gedacht? Wieder runterklettern. Aber ich will mir nicht den Hals brechen. Lass mich bitte. Ich bin gefallen, aber ich habe mir nichts gebrochen. Oh, Glück gehabt. Die Leiter habe ich zumindest nicht erwischt. Meinem Können habe ich es nicht zu verdanken, dass ich noch lebe. Hm. Die spielen nicht gerne. Ich finde das nicht sehr... ...sympathisch. Hm, was nehmen wir denn? Gewehrgranaten. Mach auf keinen Fall das Licht an. Wer sagt das? Seid ihr über mir, unter mir, neben mir, hinter mir? Ah. Oh. Was ist da hoch? Man sieht sie noch nicht. Gibt ja die schöne Weitsicht. Ich will da nicht runter, bitte. Helft mir da. Ah. Oh. Und eine Mine. Nee. Das ist... ...und Geschützturm-Auslöser. Haben wir ausgelöst? Nee, haben wir nicht. Jetzt hätte ich so eine schöne Waffe, aber ich sehe sie nicht. Ich bin sicher unter mir. Mensch, das schaffe ich nie mit 26 Gesundheit. Und da habe ich auch nichts mehr. Ah. Der steht da drüben. Ich will ihm in den Arm schießen. Einrücken. Ja, Rücke. Okay. Scheiße, 8 Gesundheit. Das wird immer besser. Nur nicht nach oben schauen. Nur nicht nach unten schauen. Oh, ich dachte ein Barneckel. Was steht denn das Barneckel hier? Kann ich bitte ums Eck schauen? Ah, Gesundheit. Ich sehe Gesundheit. Nur ein paar Meter. Ein paar... Ah. Zwei Gesundheit. Imminent, ja. Irgendwas schießt auf mich. Oh. Das geht sich nie aus. Er darf mich kein einziges Mal treffen. Daneben. Das war knapp. Was noch? In die Felswand. Hey, das ist genau in die Schutzweste gegangen. Und trotzdem hat es funktioniert. Super. So, zwei Gesundheit. Sollte doch gehen, oder? Das reicht doch. Aha. Muss ich hier das Barneckel verwenden, um rüberspringen zu können, oder was? Nein, nein, nein. Da sind noch mehr. Wo sind sie? Unter mir? Ich glaube fast. So. Ich speichere mal. Ist doch egal, oder? Da ist einer. Okay. Okay. Mit viel Glück kann ich den abschießen. Aber nur mit viel Glück sehen wir jetzt nicht. Da ist er. Ah, er hat ein Gesundheitspäckchen verloren. Das wäre ja nicht schlecht, aber... Das hilft mir jetzt nicht unbedingt. Oh. Okay. Au. Au. Das ist ein Doppeltod. Ich glaube, ich hätte nicht speichern sollen. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Mensch, da ist ein Fass. Auf das wollte ich zielen, eigentlich. Da ist noch einer. Schieß mal auf das Fass. Vielleicht bringt es ja was. Dann schießen wir den da ab. Ich nehme nicht an, dass wir den brauchen, oder? Oder müssen wir seine Zunge als Liane verwenden? Oh. Zum rüberschwingen. Ich weiß es nicht. Was hier angesagt ist. Ich versuche mal hier rüber zu springen. Das könnte ins Auge gehen. Achtung. Und zur Gesundheit. Mit zwei Gesundheit. Das war Rekord. Uff. Das tut gut. ein Schmalzbrot. Ein Schmalzbrot. Was war denn das? Ach, das war Schrotflint-Munition. Scheiße. Ich dachte, es war Magnum-Munition. Tja, das war ja alles gut und schön. Aber das hilft uns nicht weiter, um weiterzukommen, sondern nur um die nächsten fünf Minuten zu überleben. Das heißt, ich muss hier runterrutschen, oder wie? Okay, wir rutschen. Scheiße. Bleibt nichts erspart. Kann ich das aufmachen? Naja, natürlich nicht. Sind da noch Marines? Ah! Wow, jetzt hätte ich bald überschossen. Mein Ziel. Da unten jemand? Sieht nicht so aus. Was ist das? Ah. Raketenwerfer oder sowas. So, was soll ich jetzt nehmen für dich? Was da? Vielleicht Verschwendung gewesen, denn von hinten hätte ich ihn auch so. Ich will ja wirklich nicht diese schöne Munition verschwinden. Auf der anderen Seite einer? Ne. Da fliegen mir die Fetzen um die Ohren. Körperteile. Gehirnmassen. Oh, den hat es zerlegt. Heilige Scheiße. Ja. Schauen wir, sie sind in der schönen Hütte hier. Onkel Toms Hütte. Ich auch. Da ist noch so ein Sushi-Paket. 5%. Gewehrgranaten hätten wir auch gehabt. Raketen haben wir offensichtlich genug. Macht auch Sinn, dass man da nicht mehr tragen kann. So, wo jetzt lang? Da lang oder da lang? Ich habe Schritte. War das Schritte oder war das Gestein? Das war der panische Rölleimer. Was war das? War das ein Hubschrauber? Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Oder auch nicht. Fall an das Gestein. Kein Scheiß. Okay, super. Da geht es nicht weiter. Ich wollte auf jeden Fall hier nichts unversucht lassen. Dann gehen wir eben in die andere Richtung. Echt viel. Vollschritte haben wir noch nicht gemacht heute. Die rücken. Die rücken schon wieder ein. Los, kommt ums Eck. Traut euch. Macht nix. Einer weniger. Scheiße von der Brut. Ich war gerade im Nachladen und der hat mich abgedrückt. Keine Ahnung, wieso. Ey, ich habe nicht abgedrückt. Das war ein... 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 Schießfehler. ein... Blindgänger. Ne, Blindgänger war es auch nicht. Heute feiere ich doppelt Geburtstag anscheinend. So viel Glück hat man nicht alle Tage. Zwischenlager. Was haben sie hier alles? Nicht viel. So, dann nutzen wir das zu speichern. Zu liegen hier überall. Da ist nix mehr, oder? Ne. Okay. Schade, dass ich die... passende Waffe nicht dazu habe. Oder habe ich sie? Ne. Habe ich nicht. General Access Permitted. Aha. Parkte offene Tür. Hier darf jeder rein. Oh. Die sind verkabelt. Macht aber nix. Da steht in Fass. Ah, einer noch. Naja. War nicht so schlimm, oder? Das waren alle. Hm. Erstaunlich. Dass sie es mir so leicht gemacht haben. Bin ich jetzt überrascht. Ist die so... Bequem hier ein Fass platzieren. Ah. Das haben sie abgesichert. Verstehe. Wow. Jetzt haben wir die Gelegenheit mal auf 100, 100 zu kommen. Geht sich's aus? Ja. Ganz knapp. BMS-Cleaner. So. Geht hier was hoch, wenn ich da rein? Ne. Oh. Maus 2 Laser Zielsuche. Umschalten. Hm. Es wird hier umgeschaltet. Aha. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber ich glaube, sobald ich da rausgehe, erwartet mich ein... eine unliebsame Überraschung. Wenn dich das gut ist, dann geht es um- gleich wieder um klar mehr. Wenn ich mich morfinde ist, Ich würde mich glaubst, 200 g'rend. Das war es...